Hallo meine Lieben, ich begrüße euch hier im Februar in Granada und das ist unser Palast, in dem wir im Augustin Kurs haben. Kommt mal mit mir, ich zeige euch alles, so genial. Ich freue mich für euch und für mich. Mein Lieben, wir sind hier in diesem Palast, in diesem Palast, in diesem Palast und, natürlich, zu lernen, zu spielen. Ich werde nicht nur ich, sondern ich werde auch die Möglichkeit, mit einem genialen Artikel von Granada, wie es Agustin Barajas, der auch Sie werden, mit mir, mit mir, hervorragend, natürlich, ihre Art und ihre Funktionen in der Flamenco-Klarsen. Und wie es, hier zu mir, die Nummer 1, Marichilla. Hallo, hauptsächlich. Vielen Dank, dass Sie sich hier in Granada-Klarsen haben. In diesem Ort, wie kann man sich das? Ich habe eine Nacht für alle, und wie es? Ich werde mich, mit Willen, mit Willen, mit Willen, denn dieser Ort ist nicht nur für uns, sondern auch für uns. Und ihr könnt ihr von allem, in diesem Zeitpunkt, in Granada, die schönste Stadt der Welt. Willkommen zu Granada und zu diesem Workshop. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020